Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4146 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier entstehen viele gute Ideen. Aber darüber darf ich noch nicht sprechen. Hier entstehen viele gute Ideen. Aber darüber darf ich noch nicht sprechen. Es ist der schönste Tag in unserem Leben. Wir werden ihn nie vergessen. Es ist der schönste Tag in unserem Leben. Wir werden ihn nie vergessen. Es ist ein Anruf, den niemand gerne bekommt. Der Chef ist mit meiner Arbeit nicht zufrieden. Das ist ein Anruf, den niemand gerne bekommt. Ich habe einen wunderschönen Teddybär für Maria als Geschenk gekauft. An diesen Geräten kann ich mich sportlich betätigen. An diesen Geräten kann ich mich sportlich betätigen. Wir drei kennen uns seit der Schulzeit und arbeiten jetzt im selben Beruf zusammen. Wir drei kennen uns seit der Schulzeit und arbeiten jetzt im selben Beruf zusammen. Du könntest noch etwas Petersilie über den Salat streuen. Ich bin heute Morgen noch alleine im Büro, weil meine Kollegen nicht so früh aufstehen wie ich. Ich bin heute Morgen noch alleine im Büro, weil meine Kollegen nicht so früh aufstehen wie ich. Als Bauleiter bin ich für den reibungslosen Ablauf des Projekts verantwortlich. Hat jemand noch Anmerkungen zu diesem Plan oder haben wir jetzt alles besprochen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe früh gelernt, Spaghetti mit Stäbchen zu essen. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Du kannst den Kunden jetzt anrufen und ihm sagen, dass wir morgen das Ergebnis präsentieren können. Du kannst den Kunden jetzt anrufen und ihm sagen, dass wir morgen das Ergebnis präsentieren können. Ich zweifle nicht daran, dass ich bald den Gipfel erreichen werde. Ich zweifle nicht daran, dass ich bald den Gipfel erreichen werde. Bergsteigen macht Spaß! Ich zweifle nicht daran, dass ich bald den Gipfel erreichen werde. Bergsteigen macht Spaß! Ich habe das Geld gezählt. Für neue Sneaker reicht das nicht. Ich habe das Geld gezählt. Für neue Sneaker reicht das nicht. Ich habe das Geld gezählt. Ich habe das Geld gezählt. Für neue Sneaker reicht das nicht. Ich kann es nicht glauben. Wir haben 2.000 Euro Schulden. Wenn es in der Wohnung nicht warm genug ist, hilft oft eine kuschelige Decke. Wenn es in der Wohnung nicht warm genug ist, hilft oft eine kuschelige Decke. Das Gesamtkonzept ist fertig. Gemeinsam haben wir die erste Phase des Projekts abgeschlossen. Das Gesamtkonzept ist fertig. Gemeinsam haben wir die erste Phase des Projekts abgeschlossen. Zum Mittagessen gibt es Chicken Nuggets mit frischem Salat. Zum Mittagessen gibt es Chicken Nuggets mit frischem Salat. Zum Mittagessen gibt es Chicken Nuggets mit frischem Salat. Ein Tennis-Doppel mit dir ist jetzt genau das Richtige. Wir spielen gegen unsere Männer und gewinnen natürlich. Ein Tennis-Doppel mit dir ist jetzt genau das Richtige. Wir spielen gegen unsere Männer und gewinnen natürlich. Ein Tennis-Doppel mit dir ist jetzt genau das Richtige. Wir spielen gegen unsere Männer und gewinnen natürlich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir spielen gegen unsere Männer und gewinnen. Und wir spielen gegen unsere Männer und gewinnen. Euro oder strong-Wağı.